Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play GTA Online bzw. The Hunger Games, die Hungerspiele. Der Gronkh hat wieder gekocht. Ja, natürlich. Und es gibt nichts. Alle müssen kämpfen, um wegzukommen. Ja, aber geil. Finde ich eine sehr, sehr nette Mission. Und wir sind wieder hier am Start mit dem Gregor Onc, natürlich, dem lieben, lieben, ach ich zeig's hier einfach mal gerade. Hier, der liebe, die Alchemisten alias der Benny, Heideltraut alias Dennis, Dibitur ist auch wieder dabei, alias die pinke Frau, Mann, Twitter, Tobi Nator alias die geile Braut von links und der Gregor Onc hier nochmal mit. Und natürlich auch ein Sitz neben mir gerade wieder, der gute Tippmo, der ist auf dem Start. Der trinkt aber gerade. Jetzt hast du deinen eigenen Charakter gar nicht mehr gezeigt. Ach, den Sarah Zahn. Da ist er nochmal hier, Sarah Zahn. Nee, das muss ich ja oben reparieren lassen. Ach, das ist Gronkh bei dir, ne? Ja, natürlich. Was ist mit Sarah's Zahn? Mein Zahn tut weh. Alter, ist das einfach ein Deathmatch im Boxen, oder was? Ich dachte, das wäre voll geil. Sorry, das ist ja wohl lächerlich. Alter, warum machst du sowas? Mich nicht. Oh, ein Basie. Warum rennt der denn weg? Aua, Alter. Wir müssen was probieren. Hey, willst du das wissen, warum? Dann hat mir das nicht passiert, Peter. Wanderer. Alter, du Hurenbock. Von einer Frau umgebadert worden. Alter, von einer Frau mit Steele. Achso, Entschuldige. Ich dachte, du greifst mich an. Alter, du kriegst mich auch noch. Ich wollte das gar nicht. Ich hatte Angst. Ich habe doch eine Waffe eingesammelt. Ja, ich gerade auch. Die wurde nicht aktiviert. Ohne Scheiß. Hi, Peter. Ah, Mist. Peter. Bitch. Peter. Alter, die Waffe wird nicht eingesammelt. Ja. Das ist ja scheiße. Also der Schlagstock scheint nicht zu funktionieren, irgendwie, Leute. Nee? Nee. Muss ich mal den Dennis ausprobieren. Hä, die werden alle nicht. Ach, da sind die. Jetzt habe ich es geschafft. Ja, genau da. Hast du gesehen? Boah, der hat ein Messer, der Drecksack. Ah, geh weg. Geh weg. Was ist los? Der kleine Striche hat mich mal an seinen Fettbefingerleger weggemacht. Ich brauche auch eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ich habe keine. Das ist das Problem. Geht auf die Pfeiße hier. Alter, das backt volle Möhre. Ja. Das ist scheiße echt. Ich kann keine Waffe aufnehmen. Das ist echt behindert. Ja, ich habe gerade einen Golfschläger aufgenommen. Der ist auch nicht da. Wir müssen es in den Tafeln. Ach, also ihr müsst mal auf unbewaffnet dran mit dem Steuerzimmerkreuz. Ach, man behält die Waffen, glaube ich. Ja, ja. Man behält die. Ach, deswegen hat der Dennis auch ein Messer. Die haben das natürlich nicht gesagt die ganze Zeit. Dann ist das aber auch ein Bug. Dann merkt man wieder, dass er aus Essen kommt, weißt du? Ja, ist auch. Mit dem Messer, ey. Unglaublich. Heideltraut, komm. Trau dich, trau dich. Oh, Kopfgeld. Heideltraut, trau dich. Wo bist du? Hinter dir. Trau dich. Oder noch hier. Ah, der ist ja gleich. Du Schwein. Wo kann ich die denn anlegen? Ich sehe das hier gar nicht. Ey, zwei, ey, das war... Oh, was für ein ekliges Geräusch, Alter. Auch noch ein dreckiger Kills-Dealer. Erstochen mit einem Mal, ey. Wo kann man die Waffen anlegen? Ich sehe das hier gar nicht. Wie geht das? Im Menü mit dem Steuerkreuz dann. Rechts und links. Oh. Alter, wie geil war das denn? Das ist ja ein One-Hit. Alter, mach mal drauf. Oh. Mit einem Flakau. War ich gerade im Menü, kommt der Dennis wieder an, gescheißert, die feige Sau. Äh, hallo? Du bist ja ganz synchron, ne? Ja, ich bin so. Kennst mich doch. Ich habe schon einen Kehl. Du kleine Bitch. Ah, Kippe, oh nein, oh nein, oh nein. Bleib stehen, du kleine Schlampe. Gibt es dir mit dem Schlagstock? Oh, das war ja sehr souverän. Aua. Ah, Mann, falsche Richtung. Ich habe dich nicht gesehen. Hattet er mich nieder. Mann. Alter, Tobi, das zeige ich dir noch ein. Ihr dürft nicht sagen, dass ihr im Menü seid, sonst kommt sofort das Wiesel Dennis an. Ja, wahrscheinlich keine Hunde für heute, auf die er aufpassen muss. Genau. Alter, Devitor, ich bin gerade... Das ist doch scheiße. Super, super, man. Ich kann nicht mal eine Waffe auswählen. Aber es ist lustig. Hat nichts mit den Hangar Games zu tun, ist aber lustig. So. Heißt wahrscheinlich Hangar Games, man immer überlegen muss. Alter, hat der mir das gegeben, einfach auf die Nase. Der war gut. Kommt noch nicht mit super starkem Spiel. Uh, ich habe hier nicht mal eine Waffe ausgewählt, ich Idiot. Brauch. Oh Mann, bist du doof. Was geht mit dem Devitor gerade ab? Nächste. Ah, Mist, ey. Ah, Mann. Verdammt, hätt, hätt, stich. Hätt, stich. Das ist ein Messer. War sofort tot. Ja, ja, mit einem Schlag bist du tot beim Messer, mit dem richtigen Schlag. Oh, Messer ist echt mies, muss ich jetzt mal sagen. Dennis, hat der mich einfach erstochen. Ja, das mit dem Messer ist mies. Alter. Probier ich das auch mal aus. Ah, Mist. Der war gut. Ah. Der dreht sich manchmal auch nicht. Ja, manchmal ist es echt problematisch. Komm her. Alter, das kann doch nicht sein, dass du es überlebt hast. Schade, geht nicht. Der Tobi cheatet. Was denn? Hat er dann schon wieder gemacht? Das Geräusch ist so ekelhaft. Hat er nicht gekocht, oder was? Nein, zu zweit. Oh, Double Penetration. Ah, Mist. Habt ihr euch abgeschoben. Jetzt seid ihr dran, ihr Dreckigen. Welche Beine mich rein, ey? Wollenheit, Testosteron. Alter. Heideltraut, komm her. Du willst es ja so. Was? Aua. Hölle. Mach ihm platt. Mach ihm platt, Ron, danke. Er schlägt nur zweimal drauf, ey. Natürlich. Kann ja wohl nicht sein, ey. Du hast es verdient. Ah, Mann. Der ist auch wirklich tot. Oh nein, 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 nein. Lauf. Ich brauche ein Paket. Ja, brauchst du? Brauchst du ein Paket? Nein, 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 nein. Oh, ich will gar keinen Anruf. Was war denn da? Nein, nein, lauf, 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 lauf. Zwei Streiten. Ja, die Ausgewinne ist geil. Ja, geil. Ich vergesse auch mal das Ausweichen. Boah, der Sarraza, der alte Stecher. Der Rache-Kill. Alte Stecher. Alter. Es ist echt, es hängt so davon ab, wer als erster zuschlägt. Ja, ja. Oder der Antrieleetik, ey. Ja, weiß ich auch nicht gerade. Nahkampf, Nahkampf ist nicht so. Ah, schack, Tobi. Nein, nein. Oh, Benni. Alter, krass. Okay. Boah, was? Wie geht das denn? Mit einem Schlag, ne? Ein Messer-Stich. Oh, Alter, das ist aber kacke. Messer ist echt kacke. Das ist ja echt super vorteilhaft. Oh, fuck. Falsche Ratsa-Richtung. Hilfe! Auch ein Messer. Nein! Was? Alter, was hältst du aus, Dennis? Wo du her? Ich habe dir dreimal ins Kreuz gestochen, oder? Fuck! Komm schon auf den Mist, ey. Ich habe auch so auf dich eingestochen, ey. Boah, das gibt es doch nicht, Alter. Mit einem Messer ist mega kacke, ganz ehrlich. Soll ich sagen, Messer nicht mehr? Ich dachte, ich will nie wieder mit dem zusammenspielen. Oh, egal. Hält sich auch eh keiner dran. Stimmt. Boah, also Messer ist overpowered. Das ist scheiße. Aber nur, wenn du reinstehst. Was zur Hölle? Alter. Iiii! Boah, diese Geräusche, ne? Nein! So verflacht. Alter, das kann doch nicht wahr sein, du Schwein. Bleib stehen. Gibt es hier irgendwo... Wo gibt es denn hier ein Messer? Nein! Ich glaube, ein Messer. Nein! Oh, der war in den Hals, glaube ich. Fuck you! Ah, schade. Warum gibt es denn hier Fallschirme? Weiß ich auch noch nicht ganz. Ja? Bring dich nicht um. Ich auch nicht. Was? Ah, Mist. So ein dreckiger Spawn-Kill-Baddy. Mist, jetzt habe ich ein Messer, jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Ja, Messer ist gut. Ja, da hast du recht. Hey, wieso stich die denn nicht zu, die blöde Bitch? Messerfall! Was hast du zu deinem Charakter gesagt? Nein! Ja! Ja! Nein! 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 Geile Bitch, musst du sagen. Ja, nein! Ja, nein! Alter, Walle! Ich hatte gerade eine gute Serie und ich hätte fast den Benni gehabt. Ja, den hole ich mir dafür. Nein, Benni, du Schwein! Du killstealer! Ah! Nein! Aber mit dem Messer geht es echt besser. Also, haha, reimst nicht. Nein, 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 ich kann dich nicht avisieren. Hör auf, das ist unfair. Oh! Headshot! Pfff, pfff! Scheiße, ich konnte sich ändern. Yes! War dann zu sehr im Gemetzel. Ja! Nein, scheiße, ich bin nicht ausgewegt. Ich wollte ausweichen. Komm, ich rauch immer bei den Spielen. Ja, Nebitor! Immer rein. Der nächste Bitter. Oh, mal was länger, weiß ich, komme nicht so schnell. Aber hat sich noch keiner drüber beschrieben. Pfff! Ey, was verlassen? Was verlassen? Werden wir rechen? Werden wir verlassen? Alter, das war ja lächerlich. Wieder hochgesprungen, ist so geil. Ich wollte ausweichen, was macht der? Da springt ins Messer. Ah, kommt der Nebitor von hinten und besteigt rein. Sowas, wie er noch nie erlebt. Das sind die Essener, weiß? Die sind alle gleich. Ja, die können mit dem Messer einfach umgehen. Ja. Der Nebitor kommt ja aus derselben Stadt, ne? Nein! Weg, weg, weg! Oh, Mist! Ich finde es! Ich will dir nicht rächen! Oh, Robi, ich hab dich rechen! Das tut mir ehrlich leid, wenn ich die jetzt töten muss. Das tut dir nicht leid, du willst es doch auch. Nein, in den Arsch, ey! In den Arsch gestochen! Wie geil! Das sah grad so geil aus! Ich musste so lachen! Warum hab ich da direkt geblutet? Alter, das sah so lustig aus! Alter! Guck mal, von beiden Seiten da! Nein! Nein! Oh, ich konnte dich nicht anvisieren! Scheiße! Oh! Von beiden Seiten! Oh! Der Sarraza, Alter! Was ist los mit dem? Der kommt immer von hinten, der Sarraza! Ja! Der läuft extra noch in den Kreis, hab ich grad gesehen. Der ist voll der Dreckstack! Aktiv rein muss! Aktiv strategisch, boah! Huch! Na, was ist das denn? Ach, Mann! Das sah aber genial aus! Oh, Benni, Alter! Aua, du Schlampe! Im Busch! Ich will nicht mit dir ins Gebüsch! Ich will nicht mit dir ins Gebüsch, meine Kleine! Lass das! Lass das! Pack das Messer aus! Wieso schlägt der nicht mit dem Messer zu? Oh, Alter! Hey, jetzt reicht's! Alter, Walle, Walle! Bleib doch mal stehen! Lass es sein! times und ich will nicht mit dir die Kette! Lass es sein! Walle, bleib doch mal stehen! Walle, bleib doch mal stehen! Lass die Ruhe, ihr Schweine! Walle, bleib doch mal stehen! Walle, bleib doch mal stehen! Ich lass' nichts... Walle, bleib doch mal stehen...! Bitte hört auf, ich werd paranoid! Timbo sag was! Tut mir leid! So genau so! Walle, bleib doch mal stehen! Alter, ein Schlag... Als es da einschlagen ... Ich hatte voll den Russshund? Nein, das waren zwei Schläge! Benni! Geil So werd ich öfter genannt Nein Bah fuck Ich wollt ihn nicht schon wieder einfach Stimper auf Penis nennen Da wollt ich dir was Gutes tun, weißt du Tobi Alter, schon wieder? Krass Oh mein Gott Benni, hast du es so nötig das Geld noch aufzusammeln? Das war mein Ding Aua Der Tobi riecht sie alle ab Jaja, ich dachte aber ich könnte den Eichemisten schnappen Hat er schon wieder in den Arsch, was ist denn hier mit dem Charakter los? Ohhhh Voll weggeflogen Weißt du mal aus? Ich? Eigentlich nicht, ne Immer wenn ich es versuche, spring ich diesen Messer rein Aber mir fällt schon wieder auf, dass immer wenn ihr euch umbringen müsst, macht es wieder am meisten Spaß Ja was irgendwie lustig ist, dass der Adrenalinkick ich weiß auch nicht Wirklich schon, ich weiß nicht warum Irgendwie endet es bei uns auch immer so Wir tun so als wären wir freuen und dann bringen wir uns alle gegenseitig um Ja Ja Nein, nein, nein Tobi Nein, nein, nein Na gut, ich lass dich laufen Ja, ja klar Ja Ja Hol mich der Gronkh Nein, nein, nein Dieser Bitch weiter Oh Oh Aber lustig ist es, muss man sagen Nein, nein Ja Das stimmt, ah schade Tobi Der noch ausgewichen wie so ein Hase Möhrchen Weiche nicht aus, ich stell dich mir, aber du hast den Nachteil Nein, nein Oh Oh nicht, oh auch nicht Renn weg, renn weg Huh Das war der Gronkh Ich hab mich gut weggenatzt Oh war erstaunlich sein Oh Benni, was ist los? Hast du ein Powermesser oder was? Bin ich auch überrascht Nee, man muss nur Glück haben, dass der zweimal zuspricht Machst du das? Boah Zu zweit, ihr feigen Hunde Das schnapp ich mir an Oh Mann Nein Wie könnt ihr nur? Man kann aber auch manchmal doch nicht zurückschlagen Oh, das Problem Wir legen da alle aufeinander Alter, da kriegt mich auch noch der Heidel von der Ecke, ey Ohne Witz Ja Der Heidel von der Ecke, der hat ne geile Schnecke in der Hose Echt? Oh Mann Boah, was war das denn gerade? Was war das denn gerade aus dem Mund kam, Alter? Oh Was aus dem Mund kam? Ja, dein Mund, ich weiß nicht was das für ne Schnecke war, aber Ne Zimtschnecke natürlich Ach Mann Ah, du killst die da Nein! Komm wieder Boah, dieses Geräusch ist so abgelöst, ne? Boah, das ist widerlich Das ist cool Debi, du hat dich abgestochen Den eigenen, den eigenen Vater Das ist cool Das ist cool Die eigene Mutter bist du, Alter So war das doch Bist du dann denn Alter Peter Nein, Tobi, das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Ich stech alle an Boah, ich wollte, ich kann nicht ausweichen Das geht aber nicht Wie baie ich mir denn überhaupt aus? Geht das? Das sag ich nicht Oh Mann Mit X glaub ich Mit wegspringen Aber das funktioniert leider Immer nur sehr ungut Sehr ungut Oh, Sensenmann hab ich die Auszeichnung gehalten gerade Gold Alter, meine tritt immer zu Die haut gar nicht Alter, was ist denn das? Bei mir auch Vor allem, wenn ich gegen Dennis kämpfe Das gibt's doch nicht Jetzt bin ich ausgewichen Und dann springt der weg Dennis ist eh so ein Cheater Quatsch Siehste? Guck mal wie du ein Cheater Jetzt will er auf andere Hat er sich schnell eingemischt Was? Sie ist dazwischen gedrängt Der Debidor Was? War nur ein Pfeil zwischen mir und Sarazos Ja? Einer Tritt immer zu Die blöde Futter Was macht die denn? Wenn ihr das verdient High Heels, Alter High Heels Du auch Was war das denn? Hä? Haben wir das gegenseitig abgestochen oder was war los? Ich weiß auch nicht was da los Ich hab gar keine Anzeige mehr Nee, war mit einem Stich wieder tot Manchmal Jaja, aber ich auch Man so ein One-Hit-One da, ne? Irgendwie Kommt mir grad vor wie Modern Talking, Alter Aua Very sherry lady Da ist irgendwas schief gelaufen Modern Stalking Nein Jetzt wird dunkel langsam, ne? Kommt der Walle wieder, weißt du Kommt der Walle wieder Ich hab dich gerade verteidigt, du Arsch Was? Ich hab den Benni, auf den Benni eingestochen Probier mal was anderes aus Oh ne, da kommt der Peter schon wieder Da kommt der aus Essen Ich geh weg Ich werd mir das merken Boah, ist gefährlich Hilfe Alter, wie lange, wie viel hältst du nur aus? Sag mal Warte mal, wenn man mit dem Schlag stockt Das geht eigentlich auch ganz gut Man muss nur rechtzeitig treffen Boah Ich glaub mit einem Schlag ist man dann weg Huuu, alter Schwede Alter Debitor Geil Ne, der Schlag, der Schlagstock ist zu langsam, Dennis Hab ich schon ausprobiert, der hat keine Chance Hab ich schon aus Debitor, wart los Wollst dich hinlegen? Genieß die Ruhe Was hat denn hier? Kämmen wir doch In den Dragen mit Weichern Hallo, ich muss wohl der Erste sein, ne? Benni, Benni Ja, hallo Hallo Debitor Bäh? WTF? Debitor, Debitor Diss nochmal den Arsch und weg Ist wie ein Essen Ist wie ein Essen Ist wie ein Essen Nochmal ein Arsch und weg Hallo Tobi Konk, dein Charakter hat da was am Bein Was denn? Tobi, ich wollte doch Tobi, du weißt doch Ich wollte doch Alter Ich seh hier grad nichts Hä, der Peter haut nach hinten und trifft mich? Ja klar Der ist Essener, Alter Hä? One Republic Alter, der Benni Benni, Benni Kommt der Walle wieder von hinten Dieser kleine Wiesel Du hast deine Strafe verdient Was, das gibts doch nicht Der hat dich genauso schnell angegriffen Wie du mich, der Schwein Nein, der Trau ist stärker Du hast dein Messer noch in mir drin Der hat wahrscheinlich einen besseren Nahkampf-Skill Das kann ich mir vorstellen Ja, weil der sich immer prügelt, ne? Peter Oh, Alter Weißt du, das ist so geil Man arbeitet immer zu zweit Ja Tötet einen und dann Hey, Messerf dominiert dich, weil er immer von hinten kommt Weißt du? Warte, warte, warte Der kennt das ja nicht anders Der ist wie mit Lederklub hier gerade Der kennt das ja nicht anders Ja natürlich nicht Timbo, wie geht's dir? Hast du noch Spaß? Geht's noch? Alles okay, ich find das super cool mit dem umbringen und so Hallo Kinder Die Geräusche, ne? Ja, die Geräusche Oh Gott, Alter Oh nein, oh nein Wollte ich nicht, Tobi, wollte ich nicht Ich hab schon lange keiner platt gemacht Aber für mich ja spannend Für mich ja spannend zu sehen, dass der Sarazak krass aufholt hier gerade, ne? Ah ja Ja, doch Da muss ich mal was gegen tun Ja, der wieselt sich immer rein, da muss man drauf achten Wenn Kämpfe irgendwo sind, dann wieselt der sich so rein Das kann nicht sein, ich hab dich gerade ein, 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 ein Ach mann! Nein, Alter Das gibt's doch nicht Killserie Das war scheiße Manchmal, wenn da Leichen liegen und der tritt so in die Leichen rein, das ist echt ätzend Ja, das stimmt Ich sammle Geld Die Essener halt, weißt du? Wir wissen, wie man mit dem Messer umgeht Wir hätten die Mission Rohrpott nennen sollen Was, hab ich nicht erwischt Ahhhh 8 zu 1 Ja, Tobi, äh, Tobi, äh, volles, volles, volles Alter, der Tobi erstochen Das dulde ich Keine Sekunde Oh nein, nein Was nennt der denn nicht? Danny, der Tobi erstochen Mach doch was Nein Mach doch was, Danny Dann werd ich auch abgestochen Guck mal, der Walle immer von hinten das Wiesel Der Walle immer von hinten das Wiesel Hat sich zusammengeknüppelt Ich nenn ihn nur noch Wieseltien Das gibt's nicht Das kann doch nicht normal sein Wieseltien, Ramel, was ist los? Ich mein, ich hab dir auch schon ein paar Mal abgestochen in den Heine and Out Das stimmt Aber, äh, wenn wir aufeinander zurennen und drücken fast nahezu zeitgleich Artikel Alter! Gewinnst du Alter! Na doch nicht schade Ich werd auf diesem komischen Ding, ey, was war das? Oh, ich hab endlich den Fallschirm gefunden Ich sag dir nicht, was das war Sorry, Gronkh Oh, Entschuldigung Schon wieder von hinten! Wieseltien? Ah! Ne, der hat, das war ich nicht Das waren die Erchemisten nicht unbedingt Ja, aber du bist trotzdem von hinten, hast du mich wieder abgedulcht Na, Tobi, na, Tobi Was? Was war denn los? Wir haben uns beide gegenseitig gewone-hitted Ach so Ach das Tobi, dem tu ich nix Ach, ätzend Ach, ätzend Halle! Oh, nein, nein, nein Ich werd dich wohl wegspringen Hey Letter versucht Benni Du schaffst immer zweimal zuzustechen Oh, Baby Ja, bei mir tritt der beim zweiten Mal immer Das ist voll behindert irgendwie Das ist voll behindert irgendwie Ja, war auch geil Ich denk grad daneben, sei das hier Ach, geil Natürlich standst du daneben Oh, in den Hals Was? Im Busch Sofort tot in den Hals Ach Das ist geil Ach, der ist schon so drauf Boah! Alter, bin ich wegflogen, aber Tobi, wir haben 10 Wo sind die drauf? Also wir haben 10 gegen 10 Das gibt's doch nicht Wir haben uns beide gerade und du lebst noch, wie geht das? Was? Du musst den richtigen Moment erwischen Ich Das kann doch nicht sein, der Tobi Mannhintet mich Moment Oh Obwohl ich's ja vorher geschlagen hab, ne? Mh Mh Hä, WTF? Boah, der Dennis hat so'n krassen Vorsprung Weil er Dennis cheatet Gut, das weiß man aber Ist aber GTA schon dreimal verwahnt worden Kann man alles noch mal im Kanal sehen? Kann man alles noch mal im Kanal sehen? Schon wieder von hinten, Alter! Dieser Walle! Und wieso immer auf mich? Ich hab den Walle immer gar nicht auf den Schirm Boah, ich bin doch ganz schön abgestoben, ne? Wie beim Zylinder, ne? Ne, vor allen Dingen, weil du immer von hinten kommst Immer Egal wo ich bin, du bist immer hinter mir Boah Das macht mir langsam echt Sorgen Ich hätt nicht nach Köln ziehen sollen Das ist echt gefährlich hier Wer ist von der erste gekommen? Alter, die Kölner Luft bekommt ihr nicht Ne, der hat keinen Hunger Warte, der Gerig Jetzt, Alter Jetzt schlägt der hier wohl lufthaft Ja, ja Er hat keinen Hunger Hallo Tobi Wir spielen doch Hunger Games Wer will dann da essen? Oh nein, Entschuldigung Der Walle kommt wieder von hinten Der Walle kommt wieder von hinten Das war Benni Ja, tu ich Weißt du, wem ich zeige? Dem Tobi Das gibt's gar nicht, dass der Walle immer hinter einem ist Wie macht der das immer? Boah, der wartet immer im Gebüsch Der ist wie so'n Erdmännchen Ne, das war der Rumpel, Junge Komm her Hab ich auch gut aufgeholt, ne? Mit der Strategie Ja, oder? Nein, geh weg, geh weg, geh weg Aua Wieso tritt der denn jetzt? Wieso sticht der nicht zu, Mann? Ich wollt's mit zwei aufnehmen Ich glaub Ach, Menno Tobi Tobi, das wollt ich nicht Achso, hab ich gar... hä? Ne, war der Walle Was war das denn komisches? Bei mir hat der grad einfach nur so rumgeeiert die ganze Zeit Ja, bei mir, ich wurde auch grad getroffen, obwohl ich gar nicht... Obwohl jemand mal in der Nähe war Geiler Run Geiler Run Geiler Run Ja, geiler Run, Alter Sehr nice Alter Tobi, du warst... Du warst voll weit weg Ja, ich weiß Oh, Racheke Warte, wie viel Geld hier rumliegt hier übrigens So, jetzt wird er mal aufgeholt Also die Waffe auf jeden Fall das Messer hier Oh, ich hab deine Leiche grad verprügelt Ich geh mal besser Alter, wie triffst du mich denn? Jetzt wirst du weg Bei mir stehen gerungen, da war ich ein Ja, wie, weil du wieder hinter mir bist, oder was? Ne, dreh dich doch um, dann stehe ich für dich Ja, wie... Alter Tobi Boah, wie hast du mich erwischt? Hat der mich so von der Seite angeraunst, der Tobi Ah, zieh der weg auf Platz zwei gerade ein bisschen Ah, zieh der weg hier, kleine Ach, Mann Mir reicht's Drückst du nur den einen Knopf? Wer verfolgt mich da? Ey, das kann doch nicht wahr sein Huch, nein Einmal war ich jetzt in der Walle, hört das Ding auf Ja, 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 komm Mann Ich war grad hinter dir Hab ich noch nie erlebt Wolltest du mich denn töten? Ich dachte, wir sind Freunde Das ist schon lang nicht mehr, Alter, der Zug ist abgefahren Oh Geht aber Mein Messer, mein Messer, das ist mein Messer Alter, zum Glück ist Debitor Der Essener ist auf dem letzten, was denn da los? Ja, ich hab mich mal zurückgezogen Damit ihr auch Chancen habt Ah, okay Boah, ich hab nachher gut aufgeholt, ey Ohne Scheiß Stimmt War richtig schlecht Boah, der Benni ist 45 Mal gestorben, krass Ja, krass, ne Das war's jetzt auch schon, ne? War jetzt mal ne Folge, die war einfach mal Da kann man ja auch mal Wenn nicht der Chaos endete Brädie Bliebe Jaaa Jaaaa Jaaaa Nochmal Nein! Doch! Doch! Ja! Alle Menschen töten! 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 Oh. War's dann für diese Folge, oder was? Ja, ich glaube, ich glaube... Sehr geehrte Damen und Herren, das war's dann für diese Episode von Let's Play GTA Online. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss! Oh, das war nicht schlecht. Oh, das sieht auch nice aus. Da hinten, ne? Ja, das war's mal wieder. Eine neue Episode. Diesmal Hunger Games. Das hat nicht viel mit den Hunger Games zu tun gehabt. Eher eine Deathmatch-Karte mit Mili-Waffen, ne? So ein bisschen. Mit Mili-Vanili-Waffen? Ich bin der Einzige, der lacht. Ja, wie immer. Okay, ähm... Ey, die haben falsch gesungen, ne? Das waren doch die. Ja, ja, genau, genau. Alle Menschen töten! Alle Menschen töten! Das war's! Ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, für die nächste Folge müssen wir echt mal gucken. Langsam gehen uns die Optionen aus. Schön, wie du das sagst! Ja! Ist das lustig? Ja! Das ist so lustig! Ja! Ah! Ah! Wickidi, wickidi, wickidi! Der macht so ne Asch-Stumpen-Mersone aus. Ah! 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 aっぱ Else! Dude! Tschüss! Auf, alles! Alles! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.